auch dem großen also mit dem großen würde ich mich noch nicht anlegen wenn man noch nicht so gut er kriegt ist kein hohes level hat der ist nämlich sehr böse aber von dem kann man vor dem man kann man einfach weg laufen mal nur schauen mit der ausdauer und dieses verderben dings ums der lila ne balken wo mein leben den werde ich auch nie wieder los ich habe schon gehört da brauche ich da brauche ich tänzer oder tänzerinnen nicht sterben das wäre das wäre heftig jetzt sterben wird wo läufst du denn da rum bist du bescheppert ein bisschen ja ein bisschen na 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 so wenn jetzt warum warum fünf schläge normalerweise liegen die bei drei so geht's jetzt einfach einfach durch so, hier ist mein Checkpoint gehen die Hocke, wenn es der Austra regenerieren will, es ist egal ob Tänzer oder kommt auf eigene Vorlieben an ah ja in der Hocke geht es viel schneller danke dir für den Tipp ist mir noch gar nicht aufgefallen na holy shit wie schnell das geht bist du narisch diese ganze Gegend ist viel zu sandig ja aber ich finde es cool ich finde die Map echt schön Glüwo, Servus Moin Moin dich kenne ich doch Glüwo ich habe dich schon öfters gelesen ohne Waffe läuft es schneller oh stimmt ein bisschen schneller Mod bei Morg genau genau stimmt Servus Servus freu mich dass du hierher gefunden hast da muss mal die Putzfrau durch na klar sicher so ich brauche ich brauche ich brauche Leder Leder brauche ich und Leder brauche ich Eisen brauche ich und ich glaube Tierhaut war das oder Eisenbahn ja gut Eisenbahn habe ich warte mal ich schaue nochmal ich bin mir da nicht sicher mehr Leder erforderlich gut achso Leder habe ich ja keins da geh da hauen wir gleich alles hinein so ordentlich Eisen gefarmt und das lasse ich gleich bei mir Kohle lege ich hier rein so passt bin auch gerade durch den Discord drauf aufmerksam geworden dass du streamst ah ok verstehe so wie Morg gestern Morg war auch gestern bei mir ah nee nicht gestern vorgestern war er hier gestern habe ich ja nicht gestreamt ich habe ihn eben bei Arsdon gesehen guter Mann was so Rinde brauche ich aber die Rinde war hier und Tierhaut für Leder so kriege ich 17 Stück dann schauen wir mal braucht man wirklich nur Eisenbahn und Leder was nicht mehr gut dann muss ich jetzt ein bisschen warten oder in der Zwischenzeit verprügel ich ein paar NPCs beziehungsweise ich probiere es steinerforderlich das muss reichen für ein zwei NPCs aber jetzt bin ich gespannt so den Super Saiyajin pull ich mal oh oh Bogenschütze so komm her oh das gibt das gibt gut Erfahrungspunkte habe ich gar nicht so geachtet drauf sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön So, aber die muss ich jetzt noch. Autsch. Oh! 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 Das war knapp. Die hat rein mit dem Bogen. Holy shit. So, ich will mir mal eben einen Kaffee machen. Alles klar, mach das. Wie geht's denn in dem Chat? Ich glaub, dem geht's gut. Ach du Scheiße, das war knapp. Siehst, und das Bett habe ich hier auch gar nicht aktualisiert. Da wäre ich dann wieder in der Wüste. So, hier. Das war auch hier. Das war auch kontaktualisieren. Das wäre auch Oursch gewesen. Gut. Und Siegfried. Gönnt ihr ein Steak oder so? Mach ich gleich, mach ich gleich. Wie schaut's mit meinem Leder aus? Sehr gut. Das heißt, ich brauche immer ein bisschen Eisenbahn mit und ein bisschen Leder. Das ist aber auch wieder ein bisschen Gewicht. Bogen nehme ich jetzt auch wieder. Theoretisch könnte ich die mit dem Bogen abknallen. Und ich teste das dann gleich mal. So, hier kommt der Teer wieder rein. Drop. So, jetzt könnte ich mir noch ein Steak. Auf geht's. Na gut, lerne ich es noch ein drittes Mal vergessen. Wieder mal das Bett einschalten ist nicht schlecht. So, wo ist denn die? Wo ist denn die Tussi? Wo ist die hin? Oh, da hinten jetzt. Oh, die tanzt. Das ist eine Tänzerin da. Ah. Das sehe ich zum ersten Mal jetzt. Greif die auch an. Du Scheiße. Ich darf mich da nicht spielen. Schön, dass das mit dem Leben auch nicht funktioniert. Oh ja, die greift an. Oh, shit. Von hinten hat mich auch... Ist direkt hinter mir gespawnt oder so. Oh, ich lauf da lieber. Da lauf ich lieber. Ich denke auch, Schwert ist besser. Ich weiß nicht. Mit dem Steinschwert. Ich bin mir nicht sicher. Nur wenn es dir zu nahe kommt, Table Dance ist so. Ja, da können es garstig werden. Ja, da kann ich jetzt wieder ein bisschen Stein- und Holz farmen gehen. Nämlich, dass die Festung jetzt noch ein bisschen weiter ausbauen kann. Wobei Stein habe ich jetzt eh ein bisschen was. Ja. Geht schon. Immer dieses Hin- und Herlaufen. Die Fackel geht gleich wieder aus. Ja, da, 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 da. Ja. Ich freue mich schon, wenn die Festung fertig ist. So, ein bisschen Stein noch. Schau, dass du das Eisenschwert lernst. Das ist genauso besser wie Steinspitze zu Eisenspitze. Ein Schild ist recht gut gegen die Bogies. Ein gegen die Pfeile. Ja, ich hätte auch lieber eine Einhandwaffe, aber... Ja, ich würde das auf jeden Fall machen. Ja, das war mein Plan. Das war mein Plan. Am Anfang bin ich auch nur mit Schild und... Und, ähm, dem Steinschwert rumgelaufen. Wie müssen wir... Ähm... Das Tropen... 101. Ähm... So. So, Traumland ruft. Alles klar, Hase. Gute Nacht. Tschü, tschü. Ein bisschen Wasser. Wachskistl. Tiefes Wasser sind nicht still. Was? Gut. Du, 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 du. Gut. 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 Oh, so viel brauche ich eigentlich gar nicht. Stopp, stopp, stopp. Kann ich da noch erwerben? Na, kann ich nicht, gut. Hier noch vier. So, jetzt ein bisschen warten. So, jetzt soll es wieder gehen. Eins noch. Oder habe ich jetzt genug Wände? Glaube ich. Wobei die gehen auch ziemlich schnell aus. So. Na, das sage ich ja. Ich glaube, das geht sie nicht aus. Oh ja, ich habe fünf Stück. Oh, ich habe mich verschaut. Sehr schön. Sehr gut. Dann ist das oben auch bald fertig. Gut. Jetzt fehlt noch die Decke. Hä, was ist das jetzt? Hä? Wie kriege ich das weg? Ah, okay. So geht's. Bist du auf einem PvP-Server? Nein. Das ist ein PvE-Server. Um das Spiel ein bisschen kennen zu lernen. Aber ich habe noch vor, auf dem PvP-Server zu spielen. Ich spiele hier drauf mit zwei Freunden. Also, das ist unser eigener Server. Und jo. Was? Gut? Schlecht? Was? Na, was jetzt? Warum schlecht? Ach so, ich brauche hier kein Holz. Oh mein Gott. Holz habe ich genug. Und ich habe die Flasche noch nicht aufgefüllt. Oh Mann. Na gut, ich finde die voll. Ja. So, jetzt schnell was zum Trinken. Gut, dass das Wasser direkt in der Nähe ist. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm, 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 komm. PvE gut. PvP weil Open schlecht. Es wird immer ein Trottel da sein, der auf die Gelegenheit wartet oder besser ausgerüstet ist und Langeweile hat. Ja, das ist klar, das ist klar. Aber wenn, wenn ich PvP spiele, dann gehe ich natürlich auf einen anderen Server oder so. Also, das mache ich nicht auf dem Server. Ich hatte es anfangs vor, aber wir wollten auch eigentlich unter uns, also wir sind ja, wie vorhin schon erwähnt, spiele ich halt mit zwei Freunden auf dem Server. Hier, dort ist der eine, der andere ist dort. Und wir wollten uns eigentlich so dann am Ende bekriegen, ja, aber es ist viel zu schade, irgendwie das alles zu zerstören. Das dauert nämlich extrem lang, bis man sich sowas aufbaut. Und, ja. Also, ich glaube nicht, dass wir das dann zerstören werden. Vielleicht werden wir uns irgendwo so kleine Häuschen bauen oder so und dann eventuell mit Belagerungswaffen abschießen, ein bisschen testen oder so. Aber, dass ich mir die Fässerung jetzt zerstören lasse, das, das, nein, nein. Nein. Einfach nein. Da steckt viel Arbeit drin. Und dann auch am Anfang dachten wir, dass, dass die Rohstoffe halt nicht so teuer sind, sage ich jetzt mal. Gerade einen eigenen, könnte man es noch halbwegs regulieren. Ja, ja. Da, also, wir könnten dann theoretisch auch den Server schließen. Dann machen wir einen PvP-Server, also mit Passwort oder so. Und dann sind nur wir drei und kämpfen halt gegeneinander oder so. Also, so zum Testen. Aber, schauen wir mal. Schauen wir mal. Das ist alles noch Zukunftsmusik. Von daher. Aber auf dem PvP-Server würde ich schon gerne mal drauf. Nur mal schauen, wie das Feeling halt ist. Aber da warte ich mir jetzt nichts Großes. Also, da werde ich jetzt nicht irgendwie was Schönes bauen, weil am nächsten Tag könnte es schon wieder komplett weg sein. Also, so weniger mache ich, wo ich keinen kenne, genau. Was? Gebäudefehl geschlagen. Warum? So. Ich mein, schau. Ich habe jetzt ein bisschen was gemacht. An der Decke. Das war ein komplett volles Inventar. Mit Rohstoffen und, ja. Zehn Decken habe ich geschafft. Und das jedes Mal, bis dort vorn wieder, das... Das will ich mich dann zerstören lassen. Schon ein bisschen stolz hier. Sieht gemütlich aus. Gefällt mir. So, wie schaut denn das hier aus? Okay, das... Das... Ein bisschen... Ein bisschen Kohle braucht es noch. Aber nicht zu viel. Ich glaube, das reicht hierfür. Ach so, fünfmal ist hier. Okay. 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 Frage fucking cool. Okay. Vielen Dank.